Plötzlich wird dir bewusst, dass scheinbar unbedeutende Situationen in deinem Leben enorm viel bewirkt haben. Sie haben dich gelehrt, was möglich ist, wenn du kämpfst, wenn du nicht aufgibst und so deine Grenzen neu definierst. Sie haben dir gezeigt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Deine Belastbarkeit wurde auf die Probe bestellt. Das hilft dir im Einsatz, auch unter großem Druck, ruhig und konzentriert zu bleiben. Dein Ziel, nie aus den Augen zu verlieren. Du bist nicht alleine, kannst auf die Stärke und den Rückhalt deines Teams vertrauen. Du entwickelst dich weiter, indem du zuhörst. Vom Wissen anderer profitierst. Jetzt kannst du selber ein Team führen. Diese Aufgabe fordert Menschen mit Charakter. Menschen, die als Vorbilder vorangehen. Die Verantwortung übernehmen. Sie sind bereit, ihr Know-how mit anderen zu teilen. Behalten stets den Überblick. Auf ihrem Weg entdecken sie neue Orte. Und kommen mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen. Stets werden sie angetrieben durch ihre Leidenschaft. Als Führungspersonen brauchen sie Mut. Den Mut, das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Den Mut, sogar in der grössten Herausforderung, mit Entschlossenheit ihren Auftrag zu erfüllen. Wir haben diesen Mut. Du auch?